Gleich nach dem Aufwachen wusste ich, dass es ein hums miserabler Tag werden würde. Ich hatte eine verstopfte Nase, aber ich bin trotzdem aufgestanden und hab mich angezogen. Und dann hat Spanky den Propeller an meinem Hut abgebrochen. Was für ein Idiot! Und dann hat Ling Ling mich mit einem Wumpfstern getroffen. Und um das Ganze zu toppen, zeigte das Aufgabenrat auch noch an, dass ich mal wieder für die Geldsäcke zuständig war. Außerdem hab ich meinen Termin zum Koteletten-Trimmen verpasst. Da ist ein Jude in unserem Garten! Nicht zu fassen, dass meine Judenscheuche nicht funktioniert hat! Du wirst auf der Stelle getauft, Freundchen! Ich kann nicht schwimmen! Keine Sorge! Weißt du, du bist jetzt ein Christ! Jesus wird dir das Leben retten, du wirst schon sehen! Seht ihn euch an, wie er vortäuscht zu ertrinken! Diese Juden bringen mich noch ins Grab!